Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Outer Wilds. Heute geht es weiter, wir sind wieder mal auf dem Weg zum bröckligen Krater, nachdem wir letztes Mal ja, sagen wir mal, einiges an neuen Informationen bekommen haben. Äh, wir werden heute nochmal dorthin gehen, wo wir letztes Mal hinwollten. Jetzt muss ich dafür nur auf genau die andere Seite, weil der Eingang, ja hier wäre die eine Möglichkeit, aber die deutlich sinnvollere ist ja hier drüben. Weil, wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall nochmal... Und hier ist es nicht, oder? Hier ist es, genau. Falsch, so. Ich möchte auf jeden Fall nochmal dorthin... Auf jeden Fall möchte ich nochmal dorthin, wo wir letztes Mal waren. Weil ich mir relativ sicher bin, dass uns eins von den Teilen weggeflogen ist, kurz bevor wir hinkommen. Komm. Außerdem haben wir sonst, glaube ich, so ziemlich alles entdeckt. Außer der Schwarzloch-Schmiede. Falls wir die in diesem Durchgang übrigens schaffen, werde ich nochmal ganz kurz den Abstecher hierher machen. So, äh... Genau, wir mussten ganz nach unten. Gibt's denn eigentlich dorthin, wo ich hinwollte, irgendwie noch eine Alternativmöglichkeit dorthin zu kommen? Das sollte ich mir vielleicht mal an... Ach, stimmt, es gab eine Alternativmöglichkeit. Ja, ich erinnere mich jetzt gerade wieder. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr, wo auf der Oberfläche dieser Alternativeingang war. Ah, doch, 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 ich weiß schon wieder. Genau. Der Alternativeingang war... bei irgendeiner anderen Struktur. Das Problem ist, ich habe echt keine Ahnung mehr, wo. Naja. Hier so an den Eiswänden entlang zu laufen, ist ja... auch recht cool, würde ich mal sagen. Um nicht zu sagen, so mit das Geilste, was wir bis jetzt gemacht haben. Nur das hier, diese offene, dieser offene Part, ich weiß nicht... Der ist so irgendwie ein bisschen... Sagen wir mal, ich bin mir relativ unsicher, ob wir es lebend zur anderen Seite schaffen. Weil ich meine... Ja. Überall schlagt irgendwas ein. Hier fehlt schon wieder was. Obwohl wir sehr früh hier sind. Und wie gesagt, über uns ist nur das schwarze Loch. Wenn diese Kristalle nicht sind, dann... sind wir gefickt. So, und jetzt schauen wir gleich, dass wir... dorthin gehen. Weil ich habe mich ja beim ersten Mal auch hier umgeschaut. Das machen wir jetzt nicht. Wir gehen gleich dorthin. Genau, hier. Das hatten wir definitiv. Oder? Denkt ihr, das Gebiet ist verreichtigt? Doch, doch. Das hatten wir. Hier ist das. So. Hier rechts. Das ist, glaube ich, sehr früh weggebrochen. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Auf der anderen Seite. Wie kommen wir da auf die andere Seite? Wie kommen wir da rüber? Ah, vielleicht über unten. Ah, schauen wir mal. Ah. Das Bedauerliche an der Tragödie ist, nicht zu wissen, wen wir überhaupt verloren haben. Oder steht uns die schwerste Zeit noch bevor, sobald wir es erfahren? Hoffentlich geht es dir gut, Tante. Malorie. Okay, die haben wir verloren. Ah ja, hier. Pass auf, pass auf. Von unten kommt es an. Pass auf, pass auf. Das schwarze Loch zieht dich heran. Wenn du zu lange stierst und den Halt verlierst, bist du im All ganz plötzlich dann. Mal von hier aus irgendwo hin. Moment. Oh! 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 Okay. Scheiße, jetzt sind wir hier. Ich dachte... Ist das neu? Der Schmerz deiner Abwesenheit wiegt schwer und lässt mir keine Ruhe. Ich würde alles geben, um ihn nicht mehr spüren zu müssen. Alles, bis auf das Wissen, dich zu kennen. Denn das wäre noch schlimmer. Ich hoffe inständig, dass es dir gut geht. Kiek, wo immer du auch bist. Okay, die haben hier offenbar einige... einige verloren. Interessant. Das Problem ist, ich habe schon wieder das Gefühl, dass uns irgendeine Plattform, die wichtig ist, genau vor der Nase weggebrochen ist. Beziehungsweise genau vor der Nase halt. Versteht schon. Das hier in der Mitte bin ich mir fast zu hundertprozentig sicher. Kann gar nicht wegbrechen. Aber hier das zum Beispiel. Das ist doch neu. Wir hören die Notsignale der anderen Rettungskapsel, was mich hoffnungsvoll stimmt. Folie, bist du noch da draußen? Ich weiß nicht, wie ich an diesem Ort ohne dich überleben soll. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich noch ich sein soll. Doch, das hatten wir schon gelesen. Die Sache ist... Ich glaube, hier kann ich ganz kurz... Wobei, ich soll mich eigentlich echt schnell auf... Das sind die... Das sind die von den Rettungskapseln. Ich glaube, das ist die von der Rettungskapseln. Das ist die von der Rettungskapseln. Ich glaube, das ist die von den Rettungskapseln. Oh shit Okay, wir müssen da drinnen hoch Ah Der Treibstoff regeneriert halt in der Luft leider bei weitem nicht so schnell Ah dammit Aber ich glaube, wir haben so ziemlich das das worauf es hier ankommt, haben wir letztes Mal schon gelesen und das heute war mehr oder weniger nur so kleiner Bonus Ich frage mich nur gerade Hier ist der Weg Nach draußen, oder? Oh nie, def Sei vorsichtig, ein schwarzes Loch nicht aus Rutschen, ja genau das hatten wir schon identifizierbares Signal in der Nähe nicht identifizierte Frequenz Ist das es aber nicht die Schwerkraftkanone, oder? Ich glaube nicht Wir schauen uns das jetzt einfach mal an Oh, geht es allen gut? Niemand wurde beim Aufschlag der Orangenen Rettungskapsel ernsthaft verletzt Wir hatten sehr viel Glück Okay, ich glaube hier ist tatsächlich ein Fehler im Spiel drinnen Weil ich bin mir relativ sicher, dass einfach Rettungskapsel orange angezeigt werden sollte Nur offenbar hat einer vergessen hier Sagen wir mal ganz hinten die Klammer zuzumachen Äh, es wurde keiner verletzt Wir hatten viel Glück Das sind zumindest gute Neuigkeiten Wissen wir was von Rettungskapsel 2 oder 3? Nein Ich konnte keinen Kontakt herstellen Mit meiner Ausrüstung empfange ich aber die Notrufsignale der anderen Rettungskapseln Das bedeutet, dass die Kapseln noch intakt sind Ich werde sie weiter anfunken Hab Dank, können wir Thatch, der Mond nähert sich wieder Schnell, haltet euch irgendwo fest Der Vulkanmond ist zurückgekehrt Passt auf fallende Asche und Geröll auf Ich glaube, der Mond ist vorübergezogen Der Planet scheint sich nicht gerade über Besucher zu freuen Auf seiner Oberfläche sind wir alles andere als willkommen Wir müssen schnell eine Zuflucht finden Der Vulkanmond wird nicht lange fernbleiben Ich habe mehrere versprechende Stellen unter der Oberfläche gefunden Aber wir müssen eine Vorrichtung bauen damit alle sicher herunterklettern können Vielleicht können wir Podeste bauen Signal identifiziert Rettungskapsel 1 Das sind die Notsignale Oh, das ist ja cool Und wir haben noch die drei anderen auch Die eine, die auf Schwarzdorn noch gefangen ist Und die andere müsste theoretisch auf Kamina sein, oder? Oder sind Nummer 2 aktiv? Ne, und einer ist... Was ist denn jetzt genau zwischen den Bröcklingen? Huh Auf den Sanduhrenzwilling? Ah doch, stimmt, auf den Zwillingen! Ja, genau, auf den Zwillingen! Doch, 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 auf den Zwillingen ist die eine Rettungskapsel gelandet Okay, das ist... Und damit konnte man die Notsignale empfangen Wir werden übrigens wahrscheinlich nicht mehr lebend zurück zum Schiff kommen Aber Wir können ja uns mal hier drin umschauen Weil das schaut genauso interessant aus Der ist schon ziemlich krass Wobei, vielleicht könnten wir sogar noch zum Schiff kommen Sollten wir zum Schiff und mit dem Schiff herkommen Ich glaube, das wäre vielleicht echt nicht so die dümmste Idee die ich bis jetzt hatte Und jetzt watch me die Bei dem Versuch, zum Schiff zu kommen Okay Okay Okay, das ist schon mal gut Au Das heißt, wir sind jetzt wieder mobil Plus wir können uns hier auf Jetpack auftanken, genau So, da Jetzt müssen wir nur irgendwie dorthin finden Au Okay, das ist nicht so schwer Ich glaube, wir sind wirklich relativ nahe gelandet Das ist es doch, oder? Ja, das ist nur die andere Seite von der wir gekommen sind Okay Okay, ich hoffe einfach mal Weil das hier oben Der Teil Nicht wegbrechen kann Nicht, dass unser Schiff dann wegbricht Wobei, dann müssen wir eigentlich nur durch schwarze Loch Und hoffentlich finden wir dort unser Schiff gleich wieder So, da So da Na dann Das ist einfach nur Dreck, oder? Vielleicht ist es Blut Aber Das würde auch nicht so viel Sinn machen Okay Okay, das hier sind glaube ich hier die Kapseln selber Nein Also damit kann man nichts übersetzen Okay, aber das schaut interessant aus hier Fluglog Anfang Rettungskapsel 1 Gefährt wurde tödlich verwundet Notfallsequenz aktiviert Erwarte Abflug vom Gefährt Rettungskapsel Starte Rettungskapsel 3 Starte Rettungskapsel 2 Rettungskapsel 1 Wird gestartet Alarm Kollision steht unmittelbar bevor Bereithalten für Aufprall Externe Umgebung wird überprüft Überprüfung abgeschlossen Minimale strukturelle Schädigung festgestellt Abschnitte mit atembarer Luft gefunden Adäquate Sonnenenergiequelle entdeckt Beurteilung Bewohnbar Okay Übrigens, schaut mal Ich habe mir jetzt gar nicht aufgefallen Dass wenn man in diesen Locks drinnen ist Dass man dann die Zeit anhält Weil Wie würde man das sonst erklären? Die Zeit steht still in der Zeit Also natürlich nur, wenn ich tatsächlich im Lock bin Sobald ich weg bin Geht es wieder weiter Das ist interessant Das ist sehr interessant Oh nein Das wollte ich noch gar nicht Notfallausstieg Ja, äh Dieser Notfallausstieg ist aktuell Weniger angenehm Da ist schon wieder der fucking Quantenmond Und der ist schon wieder weg Der geht mir echt so ein bisschen am Sack Ich will da aber hoch Oh Aber das ist glaube ich echt nur die Kapsel Ich meine, wir können sie uns eigentlich Mit unserem Raumschiff ein bisschen Genauer anschauen Mit dem Raumschiff haben wir nämlich auch nicht so wirklich große Probleme Wisst ihr was? Wir können echt mal versuchen Mit dem Raumschiff durchs schwarze Loch zu fahren Ja, wisst ihr was wir auch probieren können? Alter, okay Wir können uns das ja hier so mal anschauen Hier ist der Notfallausstieg Da unten Ja, das da Das Loch Das wir jetzt erschaffen haben Aber sehr interessant Und jetzt wissen wir auch, wo wir Wo wir hin müssen, um das Okay Das heißt, ich glaube, wir haben wirklich von der Hängenden Stadt jetzt alles gesehen Die Kapsel hier schaut aber auch echt sauffett aus Ein gutes Thumbnail hinkriegen So, was wir jetzt auf jeden Fall machen möchten Beziehungsweise Ich probieren möchte Ist noch ganz kurz hier zu landen Weil vielleicht Ich glaube es zwar fast nicht Aber eventuell ist hier bei dem Teil auch noch was Was interesting ist Ich glaube, das ist nur der Teil, der da oben quasi abgebrochen ist Beziehungsweise ich glaube, der ist nicht mal da oben abgebrochen Ich glaube, schau her Der ist Ging da so über dem Glas vorne einmal rund um Da ist es, glaube ich So Wir haben eh nicht mehr lang, oder? Ne Das heißt Theoretisch Ne, wir haben noch den Die Schwarzlauchschmiede nicht angeschaut Stimmt Aber was ich trotzdem mal probieren möchte Ist mit dem Raumschiff durchs schwarze Loch zu fliegen Ich meine Moment Bevor ich das mache, schaue ich mal eine Sache noch ganz kurz an Nämlich Äh Wo ist es? Da Genau Hier ist nämlich ganz schön viel Shit Ich hoffe einfach, wir sterben dadurch nicht Aber die Sonne explodiert eh gleich Das heißt So krass schlimm kann es nicht sein Wenn wir irgendwie was Was ich mache Ist jetzt folgendes Ich lege den Anzug ab Falls wir irgendwelche Probleme haben Steige ich einfach ohne Anzug aus Und wir müssen nicht so lang warten Und Okay, also wir sind bei der Weißlochstation Und hier Das schwarze Loch spuckt tatsächlich einfach alles Alles aus Moment, aber was ist das hier kurz? Das schaut nämlich irgendwie voll interessant aus Okay, das What the fuck ist das? Das schaut nämlich wirklich sau interessant aus Von wo kommt das? Ist es von der Schwerkraftkanone? Nee, äh? Oh nee, das ist das da oben Das eine Teil Ah, okay Interessant Okay, also wir haben definitiv noch Einiges auf dem bröckligen Krater zu sehen Ich würde sagen Wir fangen aber glaube ich Mit der Schwarzlochschmiede an, oder? Weil wir haben die Rettungskapsel gefunden Wobei ich will Ich will jetzt ehrlich gesagt wissen Was das für ein Teil ist Weil wir ja auch wissen Dass das ja auf jeden Fall Hier Ich schätze mal Alter ist das lauter Weil ich schätze mal Die Sachen Die durch den Die durch das schwarze Loch durchfallen Werden zumindest Sämigeskriptet sein Von daher Ist es glaube ich ganz interessant Na da Und Dann schauen wir uns das jetzt als erstes an Weil die Schwarzlochschmiede Wir müssen dafür auch In den Schwarzlochschmiedenbezirk Wo wir wahrscheinlich Nur über die Oberfläche rankommen Alter, es ist So Hier ist die Schwerkraftkanone Da ist das Da wollen wir aber noch nicht hin Hier wollen wir auch noch nicht hin Wo ist das jetzt Jetzt müssen wir das erst mal finden Ah, da ist es Okay Da ist auch wieder so eine komische Struktur Die sich bewegt Oh nein, aber wenn Nein, Moment Ah Wenn die sich hier herum bewegt Dann ist es gar nicht sinnvoll Hier zu landen Weil nicht, dass wieder mein Schiff Dadurch beschädigt wird So Jetzt machen wir folgendes Ich hoffe, das hat jetzt gezählt Dass wir nicht Scheiße Das ist natürlich wieder Quantenfluktuation Turmsplitter Plume Felix und ich haben festgestellt Dass dieser ungewöhnliche Felsen Der Grund für das Quantenverhalten Der Objekte in diesem Hain ist Übrigens Der Splitter sendet ein merkwürdiges Signal aus Interessanterweise klingt unser Freund Der wandernde Mond genau gleich Na klar Ich habe dasselbe Signal auch schon auf den Untiefen der Riesen Holzkamin und den Sandurzwillingen gehört Es scheint als gäbe es noch weitere solcher Splitter Auf Holzkamin sogar zwei Das einzige andere Objekt, bei dem wir ein ähnliches Quantenverhalten festgestellt haben, ist der wandernde Mond Ich gehe davon aus, dass das Verhalten des Mondes und dieses Hains miteinander in Verbindung stehen Und ich will endlich wissen wie In ihren Notizen merkt Felix an, dass dieser merkwürdige Gesteinstyp nirgendwo sonst auf dem bröckligen Krater vorkommt Was ist, wenn er gar nicht von diesem Planeten stammt? Hypothese Dieser Quantensplitter Stammt von wandernden Vom wandernden Quantenmond Womöglich ist er ein Teil des Mondes selbst Oh, was wir dann auch noch tun können Ist, wir können hier Okay, schauen wir mal Die Bäume bewegen sich Die Bäume in diesem Hain wandern frei umher Die ganze Pflanze mit Wurzeln und allem drum und dran Das ist nicht normal Selbst für so einen fremdartigen Planeten Und ich habe noch nie gesehen, wie sie sich bewegen Ist das denn die Möglichkeit? Falls irgendjemand Zeuge dieser verstörenden Verhaltens wird Zeichnet unbedingt eure Beobachtungen hier auf Entweder sind das sehr andersartige Bäume Oder mein Verstand spielt mir Streiche Plum hat recht Die Bäume bewegen sich tatsächlich Ich gebe zu Mir fiel es erst auf, nachdem ich seine Notizen gelesen habe Und es sind nicht nur die Bäume In diesem Gebiet gibt es andere Materie Zum Beispiel diesen ungewöhnlichen Felsbrocken Die sich ebenso geheimnisvoll bewegen Aber es sind immer nur über einen bestimmten Zeit Jetzt sind wir schon durch die schwarze Luft geflogen Ne Äh Weil es auf einmal zu dunkel war Der Felsen ist noch aus einem anderen Grund ungewöhnlich Fetch Seine Farbe und Oberflächenbeschaffenheit habe ich noch nirgendwo an diesem Planeten gesehen Ja und die sind immer auch nur in einem bestimmten Gebiet, wo die wandern Das ist ja auch nicht normal Hypothese Die Gegenwart des Felsbrockens ist von Bedeutung Wir sollten ihn untersuchen Kann es sein, dass er diese Bewegung der anderen Objekte in diesem Gebiet verursacht? Definitiv Okay, wir müssen da irgendwo wie runter? Unter deinen Füßen ruht der Turm der Quantumsweisheit Bereitest du dich auf deine erste Pilgerreise zum Quantummond vor Dann steige diese Treppe hinunter zum Eingang Das Wissen, dass du dort finden wirst Wird auf deiner Reise weiterhelfen Okay, da will ich jetzt zuallererst einmal hier Au Scheiße Fuck, ich hoffe, ich komme da hoch Oh, ums Verrecken So, ich will das jetzt hier im Schiffslock lesen Weil ich habe das, glaube ich, nicht so ganz verstanden Okay, wir haben einige neue Sachen Holy fuck, wir haben einige Alter Rettungskapsel 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 Quantensplitter Quantensignal Alter, was haben wir alles entdeckt? Holy fuck Eine Frage Äh, müsste hier irgendwo in den Einstellungen Autopilot Schiffslock Äh Textgeschwindigkeit Beim Lesen Zeit anhalten Schiffslock aktiviert Okay, das ist gut Das ist sehr gut So, alter Schwede Wir haben einige neue Sachen Äh, ich glaube aber, das ist am besten Wenn wir das beim nächsten Mal lesen Oh, shit Schiff Steuerbordhülle beschädigt Am Arsch Ha Da So So, leck mich am Arsch Okay Na dann Bewegen sich die Bäume Wir Okay Definitiv Hier ist irgendwas Sehr fishy Hier ist irgendwas ganz fishy Und da oben Ist der Quantenmond Ne, das Holzkampel Scheiße Da ist der Quantenmond Okay Dann würde ich sagen Ist es Zeit Die Geheimnisse Der Quantenwelt Zu lüften Ich hab doch gesagt Das ist hier interessant Eingang zum Turm Der Quantumsweisheit 90 Meter nach unten Das südliche Observatorium Süden Ich will da rein Kann ich dann nicht anders Wie rein? Kann ich dann nicht anders So So Das ist glaube ich korrekt Ah, nicht ganz ein bisschen höher Ah, das ist glaube ich auch nicht so ganz korrekt Ah, ein bisschen höher Ja Okay, ich würde sagen Wir vertrauen dem, oder? Oh shit Weh, wir porten jetzt direkt ins schwarze Loch Und die verarschen uns hier Ach komm Wollte gerade sagen Weh, das geht jetzt hier ins schwarze Loch runter Okay Wollte sie mich trotzdem verarschen Hier geht's gar nicht Hä? Sei herzlich willkommen Über dir thront der Turm der Quantumsweisheit Begibst du dich auf deine erste Pilgerreise zum Quantummond Dann erklimme diese Stufen Und erlange das höchste Wissen Welches dir auf deiner Reise Sehr dienlich sein wird Ja, aber wie? Ich komm nicht hoch genug Das verarsche Wie soll ich denn da hochkommen? Ich muss mit dem Schiff hier runter, oder? Oder? Okay, was ist das hier? Wo geht das hin? Die Kreuzung Okay, nein, das ist die andere Richtung Oberflächenstabilität 63% Oh, das heißt Ah, wir gehen einfach mal rein Okay Gibt's da drüben irgendwie was anderes als hier? Es schaut jetzt Nicht so wirklich aus Als wäre auf Auf einem der beiden irgendwie was interessantes Hm Oh shit Da fällt was Oh Hallo Rebek Äh Kann ich dich was fragen? Ich habe etwas herausgefunden Ich habe einiges herausgefunden Ja, wir haben tatsächlich Jetzt haben wir tatsächlich einiges Zu berichten Das ist ja cool Oh, cool Ähm, worum geht es? Ich habe die Rettungskapsel der Nomai Auf dem bröckigen Krater gefunden Wow Also kam die Nomai wahrscheinlich von irgendwo Außerhalb des Sternensystems her Und sie müssen wohl in Schwierigkeiten geraten sein Als sie ihre Rettungskapsel einsetzten Aber welche Art von Schwierigkeiten? Und von wo ist die Rettungskapsel gestartet? Ich bin so neugierig Das ist eine erstaunliche Entdeckung Ich hoffe, wir können mehr darüber erfahren Wie und warum die Nomai hierher gekommen sind Ich habe die alte Siedlung gesehen Ist dir nicht beeindruckend? Kaum zu glauben, dass die Siedlung immer noch steht Aber du hast sie ja gesehen Man lernt wirklich zu schätzen An einem Ort wie Holzkamin zu leben Du weißt schon Irgendwo, wo man nicht ständig mit Meteoriten Und Steinen und so weiter bombardiert wird Ich habe noch was rausgefunden Ich habe die hängende Stadt Auf dem bröckligen Krater gesehen Du hast die hängende Stadt besucht? Meine Güte Wie war es? War es beeindruckend? War es schön? War es furchteinflößend? In der hängenden Stadt Haben sich die Nomai dauerhaft Auf dem bröckligen Krater niedergelassen Sie war hier ihre fortschrittlichste Siedlung Warum ist ihre fortschrittlichste Siedlung So nah über einem Du weißt schon was Äh, Bauten Ist mir ein Rätsel Vielleicht ergibt das für die Nomai einen Sinn Vielleicht brauchten sie das schwarze Loch Für etwas Ne, das haben wir schon alles gesagt Ne, okay, das haben wir alles Hängende Stadt Südliches Observatorium Wir sehen uns, Rebek Okay Kommen wir wieder zurück? Ich glaube tatsächlich noch Kommen wir wieder zurück Jetzt gehen wir den Weg links Hä? Nein, ich wollte den anderen Weg gehen Ich habe sogar in die Richtung gedrückt Das ist eine Verrasche Okay Okay Da die Oberflächenstabilität hier ja nicht mehr so So doll ist Okay, wir sollten uns von hier verpissen Und äh, die Folge beenden Fällt mir gerade so auf Okay, wir müssen hier definitiv Irgendwie einen alternativen Eingang finden Ich weiß nur nicht hundertprozentig wie Vielleicht hier rüber Eventuell Aber bevor ich jetzt hier ins schwarze Loch gesaugt werde Insamt dem Ding Würde ich sagen Werde ich speichern Mit anderen Worten Ich werde mich töten Und wir schauen uns dann So, Schiff Wie gesagt, das ist vielleicht nicht der aller sinnvollste Oh Aller, aller sinnvollste Ort, wo ich hier geparkt habe Fuck Ich muss verrecken So, da Und wir werden ganz einfach sterben Nämlich Anzug aus Und raus Und dann würde ich sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bei Let's Play Outer Wilds Wenn wir uns dann hier den Quantenturm tatsächlich anschauen Und bis dahin sage ich Tschüss Leute